Okay, dann könntest du schon zum Kühlergrill gehen, oder? Weil die Großaufnahmen machen wir dann... Das können wir jetzt nicht mit. Genau, das machen wir im zweiten Brief. Könntest du immer hin und her bauen. Obwohl es auch glänzt, aber es ist rubbelig. Du scheinst deine Hand als Werkzeug zu kaufen. Das stimmt. Die Hand ist auf jeden Fall mehr wert als... Die Hand ist auf jeden Fall mehr wert als... Die Hand ist auf jeden Fall mehr wert als...